Hallo, hallo! Servus, Freunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in unserem kleinen Dörfchen. Ich hab mir in dieser Folge gedacht, wir haben ja in der letzten Folge unsere kleine private eigene Hütte gebaut. Süß! Okay, sorry. Unsere Planken sind fertig. Hier, das Seil ist auch fertig. Ich würde mir heute mal überlegen, dass wir eine Höhle suchen. Was haltet ihr davon? Dafür brauche ich allerdings für eine Höhle... Wo war unsere Werkbank? Hier war unsere Werkbank, ne? Eine Fackel. Herstellung. Brauch mir eine Fackel. Thank you very much. Würde ich mir die nochmal bauen, vorsichtshalber? Und die auch nochmal. So, jetzt müsste ich eigentlich On-Mass haben. So, und jetzt würde ich gerne mal... Lass uns über Jobs reden. Gehen wir auf Erkundung. Let's go, komm mit. Wir suchen ein paar Höhlen. Ich hab mich mal im Internet informiert, wo Höhlen zu finden sind. Und zwar sollen die, wenn man irgendwie so einen Felsen sieht, irgendwie in der Mitte, irgendwo auf so einem Feld, da sollte man mal irgendwie drum rumlaufen. Da wäre dann ab und zu mal ein Höhleneingang. Ob das jetzt auch so zutrifft? I don't know. Wir gehen einmal rum. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, dann suchen wir einfach mal weiter. Wo waren wir denn noch nicht? Wir gehen einfach mal irgendwo hier so hin, würde ich sagen. Gehen wir in die richtige Richtung? Nein. Da müssen wir hin, ne? Ja. Wir gehen einfach mal in die Richtung und gucken, was passiert. Ah, schon sehr nervige Spinnen. Nein, man kann einfach Rechtsklick machen. Nice. Wenn man Rechtsklick einfach macht, dann futtert man. Hier sind auch noch viertel Steine. Alles klar, durch den nervigen Finger wieder. Wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren die einfach mal. Wir haben eine Mission in der heutigen Folge. Oh no. Ah, wieder so ein Ding in hier. Oh, da ist ein Wölfchen. Ich habe keinen Bock auf den Wolf. Wir gehen weiter. Uh. Komm, wir gehen mal da gucken. Ey Leute, das sieht doch aus wie eine Höhle da. Jau, Alter. Eine Höhle. Geil. Jau, Leute. Eine Höhle. Das ist eine Höhle. Nice. Die ist sogar in der Nähe von unserer Base. Geil. Komm, da gehen wir rein. Ich hoffe, man sieht auch was. Oh no. Oh, es ist ein bisschen dunkel hier. Warte mal. Ich sortiere mal mein Inventar. Komm, die geht raus. Und die geht rein. Hier machen wir mal so. Ein paar kaputte Hacken haben wir. Äh, die drei. Nice. Hier ist eine Truhe. Geil. Eine Höhle. Was ist das? Rot. Yo. Kürbis. Ja, den Scheiß kommen wir selber hier gut dran. Was ist das denn hier für ein Stein? Okay, das geht nicht. Zwei. Komm, helf mir. Okay, das ist stinknormaler Granit. Das ist bis jetzt nichts Weltbewegendes, ne? Was haben wir denn hier? Kann man das abernten? Okay, was auch immer ist, man kann es abernten. Schmutzpilz. Man sieht einfach gar nichts beim Abbauen, ne? Das ist schon krass. Holz. Okay. Das sieht aus, als wenn man das abernten kann. Das weiße da. Granit brauchen wir nicht. Wir sind für exotische Sachen hier. Das da, kann man das abernten hier? Nee, so nicht. So auch nicht. Okay, man kann es auf jeden Fall abernten, aber ich weiß nicht wie. Junge, wer bist du denn? Nice. So gut gemacht. Dip, 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 dip. Okay, in den Höhlen sind also... Skelette. Ich weiß jetzt gar nicht, brauchen wir diese Schlürfpilze? Eine Kochzunter, die häufig in Höhlen vorkommt. Irgendwas brauchen wir doch, um unser Dingsbums weiter auszubauen. Aber ich weiß nicht mehr was. Oh no. Ich sehe gar nichts. Komm mal hier ins Telle, bitte. Hier ist ein Loch weg. Boah, ausreichend. Oh, eins pfeffer ich den Tod. Oh, das waren ein bisschen zu viele. Leute, ich hau ab. Rückzug. Wo ist der Ausgang? Scheiße. Haus hier. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wo eine Höhle ist. Wir haben so ein bisschen Zeugs eingesammelt. Komische Pilze. Aber jetzt so richtig geile Sachen haben wir da nicht gefunden. Ich würde nochmal zur Base flitzen. Ich glaube, die war in dieser Ecke. Was wir brauchen für das Upgrade. Für unser Dorfzentrum. Wir wissen ja jetzt, wo die Höhle ist. Das heißt, wir kommen jederzeit dran. Ah, okay, sieh was. Da ist unsere Base. Guck mal, wir sind richtig nah an der Höhle dran. Das ist eigentlich richtig super. Kann ich mal eben was schnabulieren hier? Okay, danke, kommen einen noch. Okidoki, dann machen wir mal Attacker. Ah, schon wieder so ein Ding. Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh. Moin, Leute. Es ist mir gefolgt. Oh mein Gott. Hopi mit Gebrüll. Mach die kaputt. Keine Chance. Okay, was brauchten wir jetzt? Sagen wir nochmal fürs Upgrade. Knochenwurzel. Ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Okay, Knochenwurzel. Level-Belohnung. Was schmeißen wir denn mal hier in meine Höhle rein? So, 27. Wolle. Davon haben wir noch ein 5er Stack. Knochen. Weizen. Granit. Holzi-Holz. Alter, einfach mal so 25.000 Spitzhacken. Schlürfpilz. Okay, Leute. Wir brauchen... Wie hieß das Zeug? Ein... Knochenwurzel. Ein robustes Holz, das in Höhlen vorkommt. Aber wie kriegen wir das kaputt? Ich würde sagen, ich mache mir nochmal ein paar Fackeln. Ich glaube, das wird ein längerer Ausflug heute. Fackel. Ah, Ranken. Scheiße. Kann ich eigentlich mehrere Leute mitnehmen? Ah, okay. Nee. Äh, ich brauche noch hier, äh... Aufteilen. Szene. Bom. Dankeschön. So. Dann mache ich mir noch ein paar Fackeln. Vorsichtshalte. Soll ich mir ein Kurzschwert machen? Kostet halt so 5 Stäbe, ne? Oh. Komm, ich mache mal davon einen. Ich mache auch mal Just for fun, ne Schaufel. Soll ich ein Ritterschild? Ah, ne, komm. Ein Beet. Nice. Warum auch immer wir das Beet freigeschaltet haben. Okay, ich gehe mal eben hier hin, sonst wird es nicht kalt. Ein Beet, okay. Granitfundamente. Nice. Okay. Okay, ein paar neue Sachen scheinen wir irgendwie freigeschaltet zu haben. Ich weiß aber nicht wie. Warum leuchtet der noch? Wände. Halt da. Stützen. Ich will nicht, dass das hier überall so gelb aufleuchtet. Okay, okay, okay. Geräte. Erde und Dünger. Okay. Ich will jetzt nicht im Dunkeln dahin latschen. Scheiße auf. Komm, wir flitzen komplett durch. Ich glaube, in die Richtung mussten wir, ne? Wir sind auch bei Regen langsamer, merke ich gerade. Hier ist kalt. Gibt es so eine Art Regenschirm irgendwann? Ich glaube, da so mussten wir landen. Okay, jetzt verliere ich Leben. Das war wahrscheinlich keine gute Idee. Ist das so ein scheiß Wolf oder was? Oh Gott. Oh ja, irgendwas Fettes ist hinter mir. Oh oh. Leute. Panik. Da hinten brennt ein Feuer. Da ist die Höhle. Lass mich in Ruhe. Aber wie ernten wir diese komische Knochenwurzel ab? Einfach mal rein in die Höhle. Muss man sich da richtig fett durchboxen? Oder wie läuft das? Muss mein Helfer leiden. Nein. Okay, ich bin gespannt. Wir laufen einfach mal ein bisschen hier durch. Ich sehe natürlich gar nichts. Ah, alles klar. Perfekt. Ist das so Granit? Wahrscheinlich, ne? Ist auf jeden Fall ein Holz, was wir brauchen. Holz hier, Holz. Da ist ein Skeletto. Ist das jetzt das Knochenwurzel? Okay, das kriege ich aber nicht kaputt. Das kriege ich auch nicht kaputt. Was? Oh, Skelette. Scheiße. Fuck, tot. Die Physik zunutze machen. Mit umgestürzten Bäumen und Felsen kannst du... Okay. Aber wie kriege ich die jetzt kaputt? Das ist halt meine Frage, ne? Was ist mit dir denn los? Zündkerzen-Künstlerin. Okay, ich habe auf jeden Fall Material gefunden, das ich aktuell noch nicht abbauen kann. Frage ist jetzt, wie ich da drankomme. Okay, der ist irgendwie verpackt, mein Begleiter. Flieg und Sieg. Geil. Ja, Frage ist jetzt, wie kommen wir da dran, Leute? Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Wo muss ich hin? Da. Wie kann ich das Zeug abernten? Okay, diese Höhlen, das sind schon so kleine Dungeons, ne? Könnte man so sagen. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Wo ist mein Loot? Was war das? Ah, Holz. Da ist mein Loot. Oh, Junge, wo kommt er denn her? Oh, fuck. Schau mit V. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, Mann. Boah, ich habe nur Fackel. Ich habe keine Fackel. Wo ist der Ausgang? Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das nur noch der da, oder was? Oh, alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, das ist irgendwie interessant ein bisschen. Okay, wie kann man die irgendwie rausschmeißen hier? So. Der kann auch raus, der kann auch raus. Fackel. Was ist mit dir? Wir gehen wieder rein und wämsen die alle weg. Und hast du? Ach, kein Werkzeug? Wird ich dir so eine Kack-Spitzhacke geben können, ne? Hier, nimm. Hier, Spitzhacke. Kriege ich das Ding so kaputt? Ne, ich auch nicht. Okay, unser Ausflug in eine Höhle. Das ist bis jetzt ein Fail. Aber gut, was heißt ein Fail? Wir haben auf jeden Fall eine gefunden. Das ist auch nur Granit, ne? Warte mal. Fünf. Oh, nur stinknormaler Granit. Oh, hä? Wie hab ich die denn weggeworfen? Oh, Vorsicht, da oben ist so ein Kollege. Komm, den hauen wir mal eins in die Fresse jetzt. Perfekt. Dann kommen die, nehmen wir mal mit, falls Robin... Was, dann brauchst du, oder was? Moin, ich seh dich nicht. Okay, mit dem Schwert läuft das schon deutlich besser. Ich glaube, Schwerte herstellen ist gar nicht so dumm. Was ist das für komische Mucke hier? Von da komme ich, ne? Ohne Scheiße, ich denke mal, das sind diese Dinger da. Aber wie komme ich da dran? Oder wie erne ich die ab? Weiß ich, ich muss gleich was futtern. So. Äh. Ich brauche ein Herzchen. So. Das sah wirklich köstlich aus. Ja, ich weiß. Oh, meine Axt ist auch gleich kaputt. Okay, da kriegt man nur das. Was haben wir denn hier drin? Ja, komm, hier. Stapel nehmen, damit die Runde nicht komplett umsonst war. Verbinden. Okay, kein Plan. Okay, Leute. Da schützt mal so ein komischer Typ drin rum. Ein Holz, die Holz. Fünf Holz. Ich denke mal, das sind diese Dinger hier, aber... Oder mit der Schaufel? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Null. Okay, Leute. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen nachforschen. Wie wir das komische Holz da ernten. Hm. Okay. Okay, 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 okay. Okay, siehst du, dann machen wir keinen Damage. Das kann ich jetzt nicht tun. Ja, dann geh doch da durch. Okay, will er nicht. Wo geht's hier lang? Da muss wieder so ein Typ. Hey, Typ. Ich seh dich nicht. Komm her. Nein. Oh, Junge. Granit aufnehmen. Warum auch immer hier Granit liegt? Null. Null. Okay, ich kann hier absolut nichts abernten, was ich möchte. Ein Schubsaft. Marmor. Okay. Ja, ich denke, das war erstmal so unsere Tour hier rein. Ich hab nicht das gefunden, was ich wollte, aber immerhin haben wir eine Höhle gefunden. Jetzt muss ich nur noch irgendwie den Ausgang hier finden. Ich hab mich komplett verirrt. Ich hab kein Schimmer mehr. Inventar voll. Alles klar. Du, sag mal, wo ist der Ausgang? Kannst du mir hier helfen? Oh, ich check einfach mal gar nichts mehr hin. Nice. Ein Ritterschild. Marmortafel. Inventar ist voll. Ich muss den heiligen Loot hier wegbringen. Boom, boom, boom. Es ist hundertprozentig das hier, aber wie ernte ich es ab? Das ist halt die Frage, ne? Wie ernte ich es ab? Wie grade ich mein Werkzeug ab? Da, Ausgang? Ist aber nicht der Ausgang, wo wir reingegangen sind, ne? Oder vielleicht doch? Ne, ist ein anderer. Da sind irgendwelche komischen Typen. Okay, Leute. Das war unser erster Gang in eine Höhle. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen gefallen. Und ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich werde mich mal erkundigen, wie wir an dieses komische Zeug kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, geil. Da ist auch noch was. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald, Rian. Ciao. Mit Fall. Mit Fall. Untertitelung des ZDF, 2020